Und gleich weiter zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau. Christoph, denn wie schätzt du diese ja durchaus dramatische Situation in Moskau heute Morgen ein? Und wie bereitet sich der Kreml auf diesen möglichen Putsch oder beziehungsweise nennen wir es Meuterei vor? Ja, ich bin auch absolut überrascht, was da gerade passiert im Süden Russlands, jetzt wohl auch in Rostov am Don. Da scheint ja tatsächlich Yevgeny Prigozhin mit seinen Söldnern der Wagner-Gruppe in das Hauptquartier der russischen Streitkräfte eingedrungen zu sein. Wie ich das verstehe, ohne Gewaltanwendung. Wir haben da gerade auch Bilder gesehen, wie Prigozhin sich mit Yunus Beck Yevkurov dort unterhält, auf einer Bank sitzend. Yevkurov ist der ehemalige, nein, ist der aktuelle, einer der aktuellen stellvertretenden Verteidigungsminister, also ein hoher General. Und Prigozhin fordert, dass Scheugu, der Verteidigungsminister, und Valery Gerasimov, der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, ausgeliefert werden. Und ehe das nicht passiert, oder wenn das nicht passiert, dann werde man sich da auch nicht wegbewegen aus Rostov, so Prigozhin. Immer wieder kam dann auch die Drohung, gegen Moskau sich zu bewegen. Ich will das jetzt nicht marschieren nennen. Ich bin noch sehr unsicher, was da wirklich passiert und möchte das auch nicht abschließend qualifizieren und da auch in irgendeiner Form unnötigerweise für Verwirrung sorgen, sondern wir haben eine ernste Situation. Was Prigozhin genau dazu veranlasst hat, genau das zu unternehmen, jetzt sich hier im Prinzip aufzulehnen, kann ich auch nicht bis zum Ende beurteilen. Wir wissen nur, dass die russische Führung versucht hat, die Söldnervereinigungen oder die freiwilligen Truppen näher und enger an das russische Verteidigungsministerium zu binden, mit Verträgen das Ganze auf eine rechtliche Grundlage zu stellen, zu legalisieren. Und da gab es also auch ein Duma-Gesetz, ein Parlamentsgesetz, dass bis zum 1. Juli alle russischen freiwilligen Verbände solche Verträge abzuschließen haben mit dem Verteidigungsministerium. Und Prigozhin wollte das auf keinen Fall tun, weil er sagt, einordnen heißt unterordnen. Und wir kennen die Feindschaft zu Shoigu seit Monaten, weil er auch immer wieder Prigozhin den russischen regulären Truppen vorgeworfen hat, nicht genug Munition auszuhändigen, gerade auch bei der Schlacht um Bachmut. Und da gab es eben immer große Turbulenzen. Kann gut sein, dass Prigozhin in einem Akt der Verzweiflung, weil er auch seine persönliche Macht vielleicht schwinden sah, sich jetzt zu diesem drastischen Schritt entschieden hat. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich eine Spekulation und ich möchte mich da zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall festlegen.